So meine Freunde und damit willkommen zurück zur Minecraft Hardcore Season Numero Uno und ich gehe direkt mal ins Spiel rein und ja, das ist eine neue Aufnahmesession, deswegen war ich gerade hier noch im Hauptmenü von Minecraft und ich schaue mir mal kurz um, was so der Stand der Dinge ist. Ich glaube, die haben unseren Bauernhof jetzt fertig gemacht, haben schon ein paar Tiere gefangen, was sehr schön ist. Hallo, na? Meine kleinen Hühner ohne Euglern. Okay, an den Seiten haben die Augen, aber die sehen etwas komisch aus. Dann haben wir noch so ein kleines Feld hier gebaut. Ich glaube, die können wir schon abmachen, oder? Ja, sehr schön. Die noch nicht. Dafür die beiden. Hier noch. Direkt mal neu pflanzen, damit was Neues wächst. So. Denn wir brauchen ja Essen. Happa, happa, ne? So. Nein, das ist der Ofen. Okay, daraus machen wir, kriegen wir nur ein Brot draus. Aber besser als nichts. Aber ich weiß noch, wir haben hier noch einen Weizen. Haben wir nicht. Okay, und dann halt nicht. Gut. Jetzt dachte wir, wir hätten noch da in der Truhe ein Weizen. Könnte ich mir noch eins machen. Verrottetes Fleisch brauche ich gerade mal nicht. Nein, danke. So, weg damit. Das Ei können wir hier mal da reinwerfen, in unseren Bauernhof. Vielleicht kommt da ein neues... Kann ich Hühnerküken? Nein, leider nicht. Okay. Ich gehe jetzt mal vielleicht weiter auf Tierejagd. Hey, Nadu. 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 Oh. Uh. Ne. Mit der rechten Maustasse wird gefüttert. Stimmt. Aber da wir gerade es noch gefüttert haben, können wir das halt gerade nicht tun. Mit dem Weizen kann ich ein paar Schafe hier anlocken. Vielleicht holst du noch so zwei Schafe und zwei... Äh, hier. Na komm, du auch? So weit ist die Reichweite. Ich stand hier mit dem Weizen und da hinten war das andere Schaf. Und das kam trotzdem zu mir. Krass. Okay. Ich wollte halt sagen, ich hole mir noch zwei Schafe, zwei Hühner. Und dann... Ja. Und das wird ja immer exponentiell wachsen. Also wird immer verdoppeln. Und deswegen sollte das kein Problem sein, neue zu kriegen. Na komm. Na komm. Ist das dein Ernst? Warum stehst du hier rum? Ihr müsst mir nicht folgen. Na komm. Na komm. Na, Tür zu. Tür zu. Tür zu. Du gehst jetzt hier weg. So. Komm. Komm, ein Freund. Du bist auch noch dran. Komm. 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 Komm zu deinem Papa. Komm her. Und Tür zu. Sehr schön. So macht man das, ne? Okay. Du willst wieder Liebe? Du auch? Ja. Macht ein neues Hühner. Baby. Juhu. Und ein Ei zum Werfen. Da kam nichts raus. Schade. Okay. Können wir vielleicht noch zwei Hühner holen. Sind wir irgendwo in der Nähe welche? Nein, das ist eine Pflanze. Da ist ein Pferd. Womit man Pferde anlocken kann, weiß ich gerade nicht. Aber, naja. Die brauche ich jetzt auch nicht wirklich. Gehören nicht zu meinem Plan. Aber ich hätte schon gerne Kühe. Für Kühe brauchst du auch normales Weizen. Aber ich sehe hier nirgends Kühe. Ui. Zwei Hühner. Du kommst auch mit. Hallo? Ja. Fein gemacht. Wobei, ich kann ja noch die anderen beiden auch noch mitnehmen. Komm her. Komm her. Komm her. Jetzt wollen die nicht mehr. Dann nehme ich halt die beiden und fährt es. Komm her. Ah, hier ist ein Ei. Das nehme ich mit. Oh, hier sind ja viele Hühner. Aber keine Kühe. Merkwürdig. Vier Hühner. Uiuiui. Das ist ja ein Paradies. Na, kommt. Kommt, meine kleinen Freunde. Trabt mir hinterher. Na, kommt. Und da fällt mir gerade ein, ich kann ja die Wolle mit einer Schere von den Schafen abrasieren. Und muss halt noch eine Schere bauen. Aber ich weiß gerade nicht, wie das geht. Aber das kann ich mir ja später mal nachgucken. Na, komm. Wo bin ich? Ah, da. Okay. Ich dachte schon kurz, es hat mich verirrt. Na, kommt. Na, kommt. Ja, fein. Ganz fein. Das macht ihr ganz fein. Kommt rein. Willkommen zu Hause. Und direkt mal ein paar Kinder machen. Na, so. Die Farm wächst. Okay. Und nun, was machen wir nun? Da kam auch keine Hühner raus. Schade. Das hier. Ich will Kühe haben. Muss das irgendein spezielles Areal sein, damit man Kühe findet? Falls ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, welches Areal das sein muss. Aber scheint mir nicht das wirklichste Fall zu sein. Ich meine, hier ist ein Huhn, da hinten ist ein Schaf, da sind Pferde. Scheint wohl egal zu sein, welches Areal. Komm, zwei Kühe sollten noch kein Problem sein. Vielleicht nicht da, wo Sand ist. Okay. Ich sehe hier etwas Interessantes in der Nähe. Nein. Ich will hier hoch. Hallo. Hoch. Kühe. Wo sind Kühe? Kühe. Hier laufen wir ein bisschen dagegen drum. Die Sonne steht. Ja, die geht langsam unter, aber wir sind ja nicht so weit weg von zu Hause. Ich sehe hier keine oder ihr etwa. Haben wir überhaupt schon Kühe gesehen? Also in den kompletten, hier in der ersten Season überhaupt? Da sind Schafe. Keine Kühe. Lava. Da sollten wir lieber nicht reinfallen, sonst sind wir... Tut gut. Wenn wir da reinfallen, dann machen wir einen ganz langen Schlaf. Dann schlafen wir sehr, sehr lange. Wie ihr seht, gehe ich mal schnell nach Hause, ins Bettchen, schlafen. Dann schlafen wir mal kurz was. So. Ah, du bist wieder, Liebe. Ja, du auch? Ja, sehr schön. Und ab nach Hause. Irgendwie, haja. So, ich gucke mir jetzt mal kurz an, wie man eine Schere baut. Denn die hätte ich schon mal gerne, um die Wolle zu scheren. So. Wie baut man eine Schere in Minecraft? So, ein bisschen laden. Herstellung. ist ja einfach okay zwei eisenbahnen habe ich das habe ich beziehungsweise habe ich die ja sehr schön also einfach zack zack und wir haben eine schere einfach nur scheren gehen auch halt auch kaputt also irgendwann müssen wir neue machen da kommt trotzdem nichts aus so meine hühner wollte wieder liebe machen nein du etwa auch nicht du 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 doch du willst liebe machen und du auch hier macht ganz viel liebe und zack da haben wir wolle weil ich muss erstmal reingehen um wolle zu kriegen du haust mir hier nicht ab komm du darfst in freiheit leben dieses eine huhn wird jetzt nicht den unterschied machen paar eier sammeln die wir später werfen können schon wieder volle wolle und das geht das geht schnell was machen die beiden hier so alleine hey kommt her bisschen essen ja und du auch macht lieber kinder anstatt hier so alleine rumzusitzen und vielleicht auch ja du bist auch sehr schön wer noch und du auch noch da sieht man direkt wieder hinläuft jetzt ja du kleiner du wolltest nicht du wolltest aus selbst schuld so 16 eier dann werfen die mal werfen wir die mal und kommt kommt da was kommt da was nichts enttäuschend weg da das war ein ganz liebevoller stupser und wisst ihr was ich will diesen kleinen dann wieder zurückholen komm her komm her komm her komm fein ganz fein komm zack und du bist wieder drin ich bin ganz böse oder so also ich muss sagen es läuft gar gut die farm wächst du willst nicht du vielleicht die sehen ein bisschen komisch aus ohne wolle so nackt schafe sehen ohne wolle nackt aus welch ein wunder geht weg ihr sollt nicht vor der tür stehen jetzt haut ihr mich hier noch ab und das will ich nicht das will ich ganz und gar nicht so und direkt kommen alle hier zu mir wirst du liebe nein du nein komm wir haben ein huhn was liebe will aber kein gegenpark tut mir leid komm einer will doch bestimmt hier was na gut will wohl niemand neue kinder zeugen noch nicht dann halt später habe ich das eier gesammelt ein ei und zack oh das ging zu weit ne da kam nichts raus warum kommt da nichts raus zack und ich go wo ich los go wo 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 wo